Wenn ihr euch zerfistet, dann hau ich euch kaputt. Ey, ohne Kack mal, die sind alle Bronze. Jenna ist der E-Boyons auf der Lane. Die zerficken wir. Hallo, die sind alle Bronze. Wenn ihr die nicht fistet, dann weiß ich's auch nicht. Ich war auch mal Bronze und? Vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung. Oder? Ne, ich war schon immer Silber. Wo ist denn Robert schon wieder? Robert. Warum ist die einfach so langsam? Oh, wie kostet ihr? Wir versuchen auch, dass sie alle Bronze sind. Bomi, ich hab's nicht mein Problem. Bomi, ich hab's nicht mein Problem. Der schon in die Wohnung. Nein, das ist ganz. Über die Generationen. Womit, wir kommen darauf, dass sie alle Bronze sind. Und das ist das Team besser, weil es das Team anheizt, wenn du sagst, das sind alle Bronze, dann machen die alle Faceroll. Total. Machen wir sowieso auf der Botlin. Morgen und so? Ja, weil morgen früh noch mal zum Typen werden muss. ist um 14 Uhr Anzug näher nochmal eine ganz schöne Anzughose und Anzughose, Hemd und Schuhe, so wie immer bitte keine Anzugjacke anziehen weißt du wie kacke das aussieht? oder eine Krawatte? total ja Hemd und Hose bitte bügeln, danke Umi, du kannst dann voll auch zu mir kommen und kannst den Anzug anziehen du bist echter, nur am meckern momentan, nur weil du scheiß Laune hast wegen deiner Mutter lass sie nicht an mir aus Umi, auf Speed konzentrieren Daumen sind sie die wollten wir uns entwenden ich will da nicht rein Jacks um Jacks Don't do it oh mein Gott nein, das ist nicht dein Ernst, oder? verdammte Schilder, ey ich hab mein Fleisch raus ich war grad falk, fängst du wohlfohren, aber es geht ja gar nicht mehr YOLO YOLO direkt aggressiv, Jenna hat kein Flash mehr ich auch nicht ich auch nicht nur egal ich hab auch nichts mehr, aber mir egal ja, Elis, bot nein, die machen Lanesoft, glaube Elis ist bot ja, war es top am besten auf die Minions laufen lassen pull to toe schnell, wir können einigermaßen gegenhalten, glaube ich am Anfang ja, Yorick ist das geilste, was es gibt dagegen eigentlich gleich mal ab, ja warum die Laneswappen verstehe ich nicht Elis kann doch gegen zwei nichts machen oder sehe ich das anders zumindest weniger als Yorick boah, meine Maus hackt gerade übel oh Leute, hier ist ein Sekt Bumpi hier nach Spiel konzentrieren ich bin nicht Sekt war gerade hier eventuell kommt er nochmal läuft hast du noch dein Ignite? ja oh mein Gott ja, GG first blood oben, als Yorick ey, komm dann gehen wir die jetzt gleich diben ich würde mal behaupten, dass der Dings noch hier ist der Sek mach einfach die Trauer ne, hat eh kein Mana mehr oh oh lol lol oh 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 auf wenn du mir das vier schwert gegeben hast, dass ich nichts angehltet habe Pass auf Pass auf, Bot Pass schon, Pass schon, Pass schon Der kommt Der kommt Der kommt Der geht hinten lang Exhaust Ignite ready Mein ist auch noch Mein Ignite Elise fehlt, Vorsicht Es ist top Alle dumme Fotze Top viel, passt auf Hörtet ihn Morgana ist es Wir gehen jetzt top Wir gehen jetzt top Geht doch So war das schön, ey Das war richtig schön, ey Die Swapnose hier Loll, guck dir mal den Tower an Wie voll der ist Unser oben Das hat den jetzt auch so viel gebracht Ezreal 25 Farm zu 22 Ja, das hat's auf alle Welle gebracht Ich hab 20 zu 9 100%ig Ja Also, da sind wir definitiv bei weitem Ahead gekommen Ja, vor allem Elise hat zwei Tode Richtig Wo hat die den ersten Tod her? Achso, klar, die ist ja einmal ge... Achso, naja, okay Oh mein Gott Hört ihr sie? Hab sie Nee Der hat halt so genietig Der ist ein Sekt Schade Hast du deinen Ranhooken noch? Ja Schade Ich hab ihn nicht getroffen oder was Geh zurück Thoris hat kein Mana mehr Neun Mana Und der hat auch kein Leben mehr Ja, das war echt eine beschissene Aktion Drecksdeck Go! Sehr schön Cool Job Heiko Schön Heiko Oh und Thoris hat auf der Woidle Elise getötet Direkt Toshi Nice Heiko, Heiko, halt mal mit da Komm mal mit da Ja, ich komm sofort mit Du stopp noch der Liste Sechs da Sechs da, Vorsicht Der Jump Der Jump Ich bin gleich da Oh, er macht 49 Schaden an mir Respekt Varus fehlt noch Das ist Elif Da ist Zac Kannst ihn taunen Flasch raus, Flasch raus Flasch weg Flasch weg Alles gut So muss das laufen Varus fehlt noch Das ist Elif Ich glaub Mogara hat kein Ulti mehr Elif So, der skillt sein Kuh hoch Ja Das ist ein Ward drinne Ist mir das egal oder ist mir das egal? Ich weiß nicht Ja, das ist mir egal Die hat ein Attack Speed Buff, ey Ich mach nen Schwert Schade, ich Nicht ganz funktioniert Willst du back? Morgana geht wahrscheinlich Blue Hitzer Von denen Die wollen nicht Die wollen nicht? Ich hab viele Pull-Up Top Ne, ist alles okay, ist alles okay Den Pull Inclusion raus Morgana immer noch SS Der hat gleich kein Mana mehr Der Varus Ich kann den jetzt sofort töten Are you ready? Warte noch einen Kuh Warte noch einen Kuh Jetzt Okay, doch nicht Mach du mein Ding Warte auf Ich komm top, ich komm top, ich komm top 10 Sekunden bis Laser Ist das dein Ernst? Okay, ich halt sie 10 Sekunden bis Laser Ist egal, ist egal, ist egal Ist egal, ist egal Das wär ein Double Kill Ja, geh hinten auf Die müssen da oben im Busch sein Na, schade Alter, dieses Exhaust Ich kann's nix machen, ist schade Aber egal, wir haben den Tower auch hier Ist doch super Ich sterben Oh, hätt's mir ja gesagt, hätte ich dir meine Ulti noch gegeben Ja, das war trotzdem vor Das ist unfassbar, ey Wie oft Exhaustien schon den Arsch gerettet hat Erstmal nach unten gehen, dir Red holen und dann Drake forcen Wir können auch gleich mal Double Kill machen auf der Bot Und Hulk und Hormons kommen Die hat die Teleporter Tower unten Achso, okay Ja, gut, dann Wir sind jetzt wahrscheinlich eh weg Ja, dann können wir jetzt aber Drake forcen Ich hab'n Pink Ward Die, die gehen auf Horus Warum macht denn so viel Schaden, der Zag? Die Ward drauf, um mich Ja, passt schon, alles gut Wir müssen die nicht kriegen Wir müssen einfach nur Zag jetzt machen Aber den Zag kriegst du noch Die Tower sind weg, also Du kannst ein Double Kill holen Du musst da Rosen sterben Oh mein Gott Hab ihn Da sind noch Plops Sehr schön, Drake Und Drake Dafür verlieren wir top, aber ist nicht schlimm Wenn wir Drake dafür holen, ist das alles gut Lux Mitte direkt Lux direkt Mitte Drake ist null Problemo Den tank ich Und danach direkt mit Tower Die kommen nämlich, die gehen oben nämlich nicht weg die Idioten Und direkt mit Tower Wenn Morgana da bleibt, Tower da irgendwie Black Shield ist raus Was wollen wir mehr? Jetzt Tower machen Wir haben keine Minions mehr Scheiß Pool von der Ich tanke Ich tanke Ich tanke Sehr schön Google OP Ey wir sollten, naja gut Wir sollten jetzt weg Achso du hast einen Clone Up? Okay, dann machen wir jetzt Tower Von links wird Varus und Dings kommen Ja und, waren sie da? Aber ich hab Heal Pots Passt schon Und jetzt durchgebrannt Und jetzt durchgebrannt Komm du scheiß Klon, greif den Tower an, du Misfi Da hat massenhaft low Jein, Wuppi kann nicht länger dauer tanken, sorry Na, die haben nicht massenhaft geslowed Ja Mehr ging nicht Aber ist okay, wir haben den Kill Vorsichtig Ja, Damn Donner Damages Ey Mhm Von AP, Alter Lol, der Tower, 182 AP Ey, oh mein Gott Oh, Lucky, oder was? Oh, Lucky, oder was? Die Boot Lane, ey Sie an Farm verlieren, Alter Au Schau, meine Ulti in die Mitte Was haben die denn jetzt vor? Tore Schaffen sie nicht Mhm Sie versuchen nicht mit Tower zu holen, ich entschuldige mich für meine Wattwall Besser ist Lavares? Hi 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 Pfeifen My What is ?! My Ghost So, das wärs nicht so schwul, wenn man sich Tag ist, oder was? Ja Wer hat die Hotpants an? Loi! Ich hab Tockner Riesenwave-punt Ich hab Tockner Riesenwave-punt Und Heiko denk dich so... Mach bisschen pressure, ich hab Tockner Riesenwave-punt Ja, sind doch mal Mehr Pressure machen können wir nicht Oh, lol, da kommt die Spinner Ein Stück zurück Ja Kann man ihn klonen, Tony boy abholen Scheißegal, Endgame! Weißen, ich hab mein Ult in ein paar Sekunden. Fehlt noch ein bisschen was. Oh mein Gott. Go, Vampir! Weiter pushen. Naja, weiter pushen, ist richtig. LOL, Heiko! Heiko kriegt sich auch nur so, ja, blockiert. Blockiert zwei Leute, scheißegal, End. Ich hab keinen Mana mehr, LOL. LOL, ihr könnt den Tower auch noch holen, gleich. Minion Wave kommt ja. Hast du... Okay, hast du nicht. Lass den Wave kommen, lass den Wave kommen. Oh LOL. Haut sich hoch. Oh mein Gott. Dead Channel. Alles getimed, alles getimed. Erstmal hier wieder verbirren. Erstmal hier wieder verbirren. Ja, wir können bei B gehen. Hier, Dennis, Geburt. Ja. Ich kann das ultieren. Zwar ohne Mana, aber... Egal, du hast Autotext. Ich mach eben Geister. Ne, hab ich den mir halt verkauft. Das ist geil, das ist irgendwie... Exhaust bringt da nix, wenn ich ulte, ulte ich. True Damage kann sich reduzieren in den True Damage, never. Nö. Alles True Damage. Alles voll in die Fresse. Ich bin ja Face-Style. Warte eben unten, falls die... Ne, die sind am Terror. Okay, attack so viele, die du kannst. Laurin, du kannst dir Blue oder so holen, oder... Na... Oder Esel. Ah, Esel. Blue ist weggekommen. Schau mal in sein Red. Komm mit zu unserem Red. Los, ich push ein bisschen. Äh, hab kein Mana mehr. Counter Support Support Chen. Hieß zu, welch die sagen würde. Nicht Counter Bruiser Luxe, sondern Counter Support Support Chen. Ken braucht erstmal ein bisschen Gold. Hast du ein Ulti überwird? Äh... Jo. Warte, ich dachte immer nur Ulti... Ja du... Ne, ihr bleibt Blau in der... Toll, drei Leute unten. Zick vorne unten. Dauert das lange... Okay, okay. Shens Item Build ist fertig. Item Build completed. Wenn ich mir euch so angucke, was die alles für Items haben... Und da hat Robert tot. Hauptsache er ulti hat noch. Süß, geilste. Oh... Gönnt sich ja sonst nix, ne? Genau. Die gehen zum Red. Was ist los, Morgana, he? Was ist los? Die caged dich. Das hat... Das meinte ich bei Jenna. Dieser Scheiß-Hoch-Auf-Vorsicht. Der hat noch seine Ulti-Mandy wahrscheinlich. Dieser Scheiß-Hoch-Auf-Vorsicht. Du hast deinen Stand raus, du dummer kleiner Volkser. Ich hab Teleport ready. Fünf Sekunden bis heute. Du willst mich? Okay, dusch dir jetzt. Ohhhh... Weißt du? Hört zu meint, ey. Schön. Null. Dieser Lachs. Da oben hätte es nicht hin. Telefrontieren können eigentlich gleich. Ja. Oder? Direkt dahin. Sind aber auch einer. Hat 6 ein Passiv noch? Müsste haben, ja. Push den Tower trotzdem. Wenn sie kommen, sterben. Kein Multi. Geh doch mit. LOL. I don't like Tower-Crow. I don't like Tower-Crow. So muss das. Ganz einfach. Brute-Force-Chen und fertig. Ist mir sowas von egal. Geh zurück mit den Red-Buff. Drake, Drake, Drake. Drake. Oder nee, Drake, genau. Schau meine Ulti auf die Bot. Wir farmen. Ganz einfach, ey. Wenn die mir auf den Sack gehen, Geh ich sie halt hauert. Daher von sterbt mal wieder. Me no care. Zeck hat noch Passi. Du bist dann, steh auf mein Tier. Ganz ehrlich. Ist mir so egal. Dark Hunter steht 5-1. Alles andere ist mir egal. Heiko steht 5-0. Na, Heiko. Da ist sie. Ja, Leitlander halt, ne. Da ist er... Oh mein Gott, aber nee. Ähm. Die haben Varus entgegen. Ja. Die haben so viel Angst. Die haben zu viel Angst. Ich hab kein Mana mehr. Die gehen Red. Die gehen Red. Wollen wir da her? Nein, wir können die Minions farmen. Ach, die hatten gedacht, dass wir Baron machen. Die haben nämlich null Baron Zeit. Also die sehen nichts. Wir können Topline gehen. Wir können erst mal Red machen bei denen, wenn der noch nicht weg ist. Ist weg. So. Du stellst da ein Ward rein. I don't. Ich find's immer süß, wie Morgana meine Kugel holen. Naja. Ja, lass sie mal süß. Was Topline machen. Topline. Ich find's halt süß, wie die meine Minions halt immer haben wollen. Oh verdammt. LOL, er liebt sein Ding daneben. Morgana ulti raus. Ja. Komm her. You'll never get me, bitchin. Oh mein Gott. Ja, ich hab... Ich hab kein Mana, das ist ein Problem. Ich konnte nichts machen. Ach, Varos, Gogo. Die haben uns K-Aced. Nee. Stimmt, Heiko war gar nicht dabei. Komm schon, mach Baron, bitte mach Baron. Oh man. Ach, die doch nicht. Schaffen die doch nicht. Weil ich wollte die jetzt alle killen, man. Weißt du, Heiko kommt rein, Jump! 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 Jump Ace! Yollo. Oh man! Das war mein Fehler jetzt. Das war ein Scheißfight. Ja, wir hätten... Wir hätten den Tower holen sollen und weg. Hatten wir die feiten lassen sollen. Ja, aber Morgana hat Ulti für mich gedacht, also... Nur für mich gerastet. Wir haben die Morgana noch getötet, ich weiß nicht, ob es ich war oder ein anderer. Also ich hab's... Und ich kann jetzt eigentlich Baron machen? Ich hab komplett Vision auf Baron. Also... Ich hab irgendwie cooler Vollkleckern. Ich hab' gekleckert, Leute, jetzt bin ich nass. Oh, warum hast du die Schuhe in der Last gemacht? Mach doch erst mal den Blue. Jetzt ist doch feucht. Wollern die hin? Flash raus. GG. Wir lassen alle hier. Wir können Baron machen. Es sind 3 hier. 25. 25. WTF? 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 Habt ihr die gesehen? Bööö. War aus grad am zurück teleportieren. Ich hau mein Puh auf ihn rauf. LOL. Ey, hol ich 4 gegen 1 holt euch noch ein. Ja, er gönnt sich. Denken die wer die sind, Alter. Durch den Wachsitz machen wir den Baron zu schnell. Irgendwie machen wir den zu langsam. Wir haben gar keinen Schaden. Ne, guck dir mal unsere Levels an. Warum healt denn der sich so krass? Ich bin noch Level 10, Alter. Guck mal, wie der sich healt. Fick dich. Oh, jetzt haben wir dich schlamper. Mann, 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 ey. Was für Geburt. Aber der Chen, ey. Hätten wir noch ein bisschen gewartet, hätte der Heiko auch noch gekriegt. Hat der nicht? Ne, leider nicht. Heiko unten einfach nur eingeholt und... Ey, guck dir mal unseren Fahrmann, ist das alles erbärmlich, ey. Boah, ich hab 23! Ich outfahren die Jenner! Grüß! Du kannst aber das Heiko outfahren aber wieder einfach jeden. Vor allem guckt der Heiko an. Na ja. Dank'la. Dank'la. Was soll ich eigentlich noch kaufen? Blade of the Ruined King. Hä? Was soll ich kaufen? Blade of the Ruined King. Genau. Eli, ist es da? Das ist ein Spotting. Oh, der Blue ist weg. Hast du ein Organa? Wir können ja Tower holen. Noll. Hat sie, hat sie. Hat sie. Hat sie. Damn warts. Wer sag' ich nicht, ey. Läuft. Ah, catch' mich! Elise! Kuschel! Ah, dammit. Wo hast'n du gerade hingegrabt? Komisch. Stier, du krass. Ich will mit Torte machen. Ey, ist das geil. Man verliert den Fokus, wenn man weg geht. Mit Ezreal. Vom Tower. Mach' mal den mit in... Oh, leul. Ja, bin dabei. Picken wir gar nicht. Oh, leul. Oh, leul. Ja, bin dabei. Du rutsch mich eh nicht, Jolo. Lol, dieses Zerstörerische, ey. What the fuck, ey. Die sind pure Zerstörung. Ich liebe den ehesten von Jürgen, der hielt's gern von uns unter der Maßen, der hier... Juh! That warts! Auf, auf Dingson! Ah, scheiße. Los! Ey, ist der unglaublich Tanky, der Sek. Hauptsache Warts. Ja, ich werd' schon wieder gecatcht. Ich weiß, dass jetzt noch einer wegstürmt. Ich hätte viele Pull-Up gehabt, wenn er verreckt wäre, wenn ich mir reingebaut hätte. Da stand'n ja genug Warts. Ich glaub' da stand'n ja noch Warts, um den Nexus zu sehen, oder? Ja, doch. Dezent, dezent.